X-Wing vs. TIE Fighter Die Eirahmen haben eine Übertragung abgehört, nach der die imperialen Raumschiffe als Verstärkung erwarten. Gut, und die holen wir jetzt aus dem Hyperraum und machen sie vermutlich platt. Autsch! Escort-Träger und mehrere Fregatten. Das wird lustig. Okay. 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 Dann geht's mal los. Das ist eigentlich ein ganz hübscher Hintergrund, ne? Da sind sie schon. Wow! Und sich das? Ja, voll. Klingt auch so, glaube ich, ganz gut hin. Na? Interessiert euch mal gar nichts so sehr für die Uh, die werden lustig Hier spricht 4, benutze dein Ziel zum Angriff Irgendwo waren 83 Bomber, da sind sie Das ist wesentlich wichtiger Bericht über primäre Ziel, ihre Schilder sind unten Schön Bericht über primäre Ziel, sie wurden zerstört Also Beta 6 Müssen irgendwie zwei durchgekommen sein Kommt jemand, ich hab die Nerven Ey Bericht über primäre Ziel, ihre Schilder sind unten Bericht über primäre Ziel, die Schilder ist schwer beschädigt Bericht über primäre Ziel Bericht über primäre Ziel, sie wurden von Torpedos getroffen Wie viel? Oh Mann Bericht über primäre Ziel, benutze dein Ziel zum Angriff Ich sowohl nicht, was sie 쓰면 So, jetzt kehrt's der Katz. Ehrlich, muss der mir eigentlich auch hier ständig so auf den Sack gehen? Ich habe immer Glück, dass ich es mit dir relativ heilig habe. Da ist er. Oh, ist er. Hier spricht vier. Aufnahm. So, jetzt haben wir da jetzt nochmal auf der Front ein bisschen Ruhe. So, jetzt ver können wir das. So, jetzt wollen wir das. So, jetzt machen wir das. Ja, das macht aber im Grunde erstmal nichts. Das ist vermutlich, ich finde es die Time Mark 2, die ich jetzt einfach mal raten müsste. Den konzentriert ich jetzt mal bitte meine Lübelleute. Oh, ist es weit? Okay, ich kann es haben. Boah, das gibt es doch nicht. Die Vogelgezwitscher. Toll, 10% Bericht über primäres Ziel, Ihre Schilder sind unten Bericht über primäres Ziel, Ihre Schilder ist der Schilder Hier spricht 4, benutze dein Ziel zum Angriff 4, benutze dein Ziel, Ihre Schilder So, neuer Anflug Anderer Winkel Mal gucken, wo noch Geschütze sitzen Da vorne ist das Absehung Bericht über primäres Ziel, Sie sind zur Rutsi zerstört Bericht über primäres Ziel, Sie wurden zerstört Hier spricht 4, benutze dein Ziel zum Angriff Was ist denn da los? Komm schon, Patapedos Jungs, ist das Thema doch erledigt Bericht über primäres Ziel, Ihre Schilder sind unten Bericht über primäres Ziel, Ihre Schilder ist für Sie beschädigt Bericht über primäres Ziel, Ihre Schilder ist für Sie beschädigt Komm schon, wir haben jetzt noch den da Hier spricht 4, Befehl verstanden, benutze dein Ziel zum Angriff Hier spricht 4, Befehl verstanden, benutze dein Ziel zum Angriff Geht mal auf die TIE Avenger da los So Ja also Sie wurden zerstört Hervorragend Die Mission ist ein Erfolg Hier spricht 4, benutze dein Ziel zum Angriff So, jetzt müssen wir bloß noch die Avenger-Piloten da vernichten Weil die haben auch einen Hyperraumantrieb Niemand will, dass die berichten Hier spricht 4, benutze dein Ziel zum Angriff Na ja, komm nur her Keine Raketen Doch Ich hab mich schon gewundert Eine Ich hab mich schon gewagt, aber ich habe mich schon gewartet, ich kann jetzt nicht, ich bin ja gut, ich bin ja auch ein Problem, ich bin ja auch ein Problem, ich bin ja auch nicht, es bin ja auch einfach nicht so gut, ich kann die ja sehr schön super mission geschafft dann ja denke ich auch die kleinen imperialen chefe sind vernichtet also es gibt jetzt keinen speziellen bonus anscheinend den man da einheimischen kann fliegen wir einfach wieder zurück an bord der liberty es ist eine gute heimat für ständiger piloten das schiff da ist der hangar so sehr schön eine überdurchschnittliche leistung immerhin abgeschossen fünf tais siebenteil abfangjäger bei einem noch geholfen zehnteil bomber passt und immerhin geholfen bei einem escort kreuzer möglichkeit noch ein bisschen mehr für diese statistiken immer so ein bisschen dieses geholfen kriegst du wenn du mehr als 50 prozent zerstört hast aber naja was soll's herzlichen dank fürs zuschauen ich wünsche euch nur das beste ich habe eine positive identifikation des interdicta-compeller sehr gut sagen sie kampfgruppe omikron dass sie sich bereithalten soll die sensoren haben einen unbekannten shuttle beim verlassen des hangars der kompeler entdeckt waren sie mit der überwachung fort die kompeler ist unser hauptproblem das zuerst gelöst werden muss schicken sie die kampfgruppe omikron los kampfgruppe omikron kommt dem ziel näher der shuttle ist im hangar der fabrik bereite mich aufs entland vor wartet mal da ist etwas die sensoren können keine überlebenden finden alle sturmtruppen transporter wurden zerstört schnappt euch diesen shuttle ich will gefangene commander jawohl tja in diesem sinne herzlichen dank fürs zuschauen ich wünsche euch nur das beste macht es gut servus und auf wieder schauen schnappt euch aujourd'uns schnappt euch dieses Musik Musik Musik